Ja Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Ich habe euch aus meiner Let's Play Minecraft Serie Part 22 mitgebracht. Und ihr werdet merken, oh, der ist ja fast Level 50. Aber, wieso nur? Ja Leute, das kann ich euch ganz genau sagen. Ich habe gestern, oh, ich habe gestern viereinhalb Stunden damit verbracht, alles ein bisschen soweit vorzubereiten, dass wir weitermachen können. Und ihr seht hier, ich habe hier ein bisschen was verlängert und ein bisschen geordnet. Ich habe ein paar Eisen gefunden dabei und sogar zwei Smaragd habe ich gefunden und Slimes habe ich getötet ohne Ende. Und Cola habe ich gefarmt, das glaubt ihr nicht, wie lange. Auf jeden Fall sind die Öfen jetzt alle leer. Die habe ich wieder leer gemacht. Das hier ist ein bisschen sortierter, das finde ich übersichtlicher, also habe ich das so gemacht. Hier habt ihr schon gesehen, hier ist mein Holz, Kies und Sand drin. Und hier haben wir schon mal ein paar Steine. Ja. Die habe ich wirklich die ganze Zeit abgebaut. Ich habe hier noch einen Stack overran, so. Ähm. Ja, Leute, woher? Das kann ich euch ganz genau sagen. Und Gott, ich habe es gehasst. Na okay, zuerst war es cool. Zuerst habe ich wirklich mich gefreut, dass ich das machen kann. Aber dann verschwand das Ganze. Die Freunde verschwanden ziemlich schnell. An einen Ort namens... Ich habe keine Lust mehr. So, Leute. Ihr seht richtig. Ich habe die Scheiße schon richtig schön weit ausgebuddelt. Aber die Zwischengänge habe ich alle gelassen. Ich kann euch das mal auf der Minimap zeigen. So, Leute. Ihr seht hier. Ich habe schon die zwei großen Tunnelsysteme an sich. Habe ich hingesetzt. Links und rechts von uns. Und wir beschäftigen uns jetzt auch erstmal in den ersten sechs Minuten ungefähr gleich. Damit den Stein umzuändern. In Ziegelstein. Oder Steinziegel. Und wir werden uns damit beschäftigen. Nö, die, äh, 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 äh. Nein. Wir werden uns damit beschäftigen. Darf ich mal? So. Wir werden uns damit beschäftigen, dass wir jetzt erstmal eine Spitze gemacht haben. Und dann werden wir mal zwei Reihen da unten graben. Eine Reihe ist ungefähr 65 Blöcke lang. Das heißt, bei zwei Reihen haben wir schon zwei Stacks. Und das Ganze natürlich mal zwei, weil der, äh, 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 der Gang nicht nur ein, äh, lang ist, sondern immer, immer zwei, indem wir uns reingraben. Und ich hoffe, dass das Ganze dir natürlich auch hilft. So, und was wir auch machen, wir hätten eigentlich die Nacht nicht überspringen dürfen. Was wir auch machen müssen, wir brauchen unbedingt einen Enderman. Wir brauchen ein, ein Enderauge, damit wir uns die, ähm, die Erweiterung holen können. Für unseren Enchantment Table, den wir uns noch nicht gebaut haben. Was mache ich da eigentlich? Ich will nämlich endlich unser Better Enchantment Table haben. Das würde nämlich die Sache um einiges erleichtern. Aber das könnt ihr euch sicherlich auch denken. So. Und Leute, glaubt mir eins, ne? Das sind mindestens... Was ich gemacht habe, sind mindestens 15 Spitzhacken. Es wären nicht sogar noch mehr bei draufgegangen. So. Das war wirklich nervig irgendwann. Naja. Bin nicht gestorben, das fand ich, das ist das Beste. Dann kam da so ein Zombie an, der hatte eine Goldrüstung an. Und deswegen habe ich ja von ihm auch die Gold, äh, Rose. Ah, was wollte ich dann noch mitnehmen? Fackeln, ne? Ja, fackeln. Da habe ich gar nicht mehr genügend Kohle für. Doch habe ich, aber es ist schwer, die Kohle wegzugeben, denn wir brauchen wirklich sehr viel davon. Also sonst bin ich da nie ohne mindestens vier Spitzhacken runtergegangen, weil die so schnell kaputt gehen. Das ist heftig. Also ich bin der Meinung, dass Notch bestimmt irgendwas an der Lebensdauer von den Werkzeugen gedreht hat. Weil die einfach so schnell kaputt gehen, seitdem ich das hier mit euch spiele. Das kann nicht sein. So, nehmen wir mal den mit. So. Aber gut. Oh, mitnehmen. Hast du mitgenommen? Gut. So. Jetzt aber nochmal. Nochmal ne Spitzhacke. Ja. So. Zwei Reihen wollte... Oh. Okay, das sollten wir irgendwann dicht machen. Todesgefahr. Gut, ich würde sagen, zuerst buddeln wir... ...weil es einfacher ist. In diese Richtung. Ja. Also, ihr müsst euch vorstellen, ...dass viereinhalb Stunden das zu tun, auf einen Schlag. Es war spät abends schon und ich wollte das einfach nur fertig kriegen. Weil... ...ich unbedingt weitermachen will. Lapis. Die bunte Farbüberraschung. So. Leute, wir müssen dringendst... ...ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe es so. Wir müssen dringendst unser scheiß Portal bauen und dringendst Blaze farmen. Und wenn das nur einer ist, wir brauchen ein Blaze ganz dringend. Zwei Blaze. Denn, äh, wenn wir zwei Blaze haben, können wir uns einen Brauchstand machen. Wir können uns endlich, ja, unseren Bad Unchartment Plus... ...Table, die Verbesserung holen. Und wenn wir das erstmal haben, geht das jetzt zügig, dann brauchen wir auch nicht mehr brennen oder schmelzen. Weil wenn ich den Silk Touch an die Spitze ran knall... ...knall für, was weiß ich, zehn Level oder so... ...da haben wir erstmal Ruhe im Karton. So, und dann, wenn wir hier irgendwas finden... ...z.B. Kohle oder irgendwas Wertvolles... ...kriegen wir eh noch unser Level dazu. Dann wird sich unser Level wieder auffüllen... ...und dann hauen wir da auf jeden Fall noch Haltbarkeit fünf ran im Laufe der Zeit. Spinne? Ne, sah aber doch so aus. Und ich sag euch, wenn wir die Verbesserung haben, dann haben wir auf jeden Fall ausgesorgt. Weil wenn wir die Verbesserung haben, Leute, dann, ey... ...dat Ballett, da haben wir aber erstmal richtig vorgesorgt, ey. Aber, Leute, eins muss ich sagen, das hat mich bis jetzt wirklich ziemlich enttäuscht. Ähm, denn, äh... ...ja, während der Zeit über, wo ich hier mit euch, äh, hier alleine... ...die die Scheiße ausgebuddelt hatte... ...habe ich wirklich nicht einen Diamanten gefunden. Das ist wirklich das, das lässt mich zu nachdenken anregen. Denn, äh, wieso haben wir hier keinen Diamanten gefunden? So... ...so... ...kohle brauchen wir im Moment eigentlich nicht. Wir werden das nämlich so machen Mit der Silk Touch Spitzhacke nachher Obwohl eigentlich brauchen wir jetzt doch noch Kohle Weil wir bauen ja noch Cubblestone ab Aber Ich weiß nicht, wir haben ja noch ein bisschen Kohle auf Lager Muss ich mir nochmal genau überlegen Was wir da machen So Ich glaube Ich glaube Wir finden hier in dieser Reihe auch kein Diamanten mehr Das wäre einfach zu schön So So ist das Kein Diamant für uns So Wir gehen jetzt erstmal wieder hoch Also so ein Eistee Schmeckt immer mal wieder gut Das ist einfach so Es wird Nacht Die Melodie ist gerade geil Es wird Nacht Wir suchen vergebens nach Lebensmitteln Nach Boden schätzen Und Ganz wichtig Nach mehr Geduld Ich bitte Jetzt habe ich es versaut Egal Wir befinden uns Seit Anfang dieses Jahres Wir befinden uns jetzt im Jahre 2037 Ich bin immer noch alleine Nach dieser Atombomben-Explosion Es wächst langsam alles wieder nach Doch Wir finden Gegner Okay Vorbei ist die schöne Melodie So Haben wir das noch an? Nein So Ich will dringendst Ein Enderman töten Da sind welche La 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 Verpiss dich Verpiss dich Spinne Hau ab Spinphobie Nein Habe ich nicht Aber Ich weiß nicht Ich mag spinnig gerne Drei Endermens Lol Haben wir den Riesenschlupf Ich trau den Frieden nicht Lol Da ist eine Riesenschlupf So viele Endermens ey Angst Weg hier Tschüss Ich muss sie Ich muss sie Hör zu Hör ich zu Entschuldigung Ja man Der Enderpearl Komm wir machen das nochmal Ja man Noch ein Enderpearl Nein du Da ist uns nicht bockt Stopp Angst So Leute Egal Wir haben unsere Enderpearl Nein 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 Ich hab das Ding auch friedlich gestellt Ich hab's auf friedlich gestellt Wieso bin ich tot Warum Nein 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 Ach Hundesohn Oh nein Nein Level 49 ade Schnell wieder hin und unsere Sachen holen ey Fuck 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 Hoffentlich haben wir die Enderpearl sonst haben wir gar nichts und unsere Sachen sind weg Ey ich wette Wir waren Level 50 knapp ja Ich wette Wir sind jetzt Level 5 5 oder 6 Mehr sind wir nicht Mehr haben wir nicht verdient Wusste ich Level 5 Von 50 Spitzende Idee So Toll Toll Ey Silk Touch Aufbesserung Und das alles kann ich jetzt vergessen Schön Echt geil Ey Mann Scheiße Toll Ja stirb Alter Oh Was für ein Segen Wir sind Level 6 Fuck ey Wie konnte ich das nur machen Naja Ich wusste doch dass Elemente stark sind Wie konnte ich das tun Dafür sollte ich mir auf der Stelle den Bugs geben Ey Kaum zuglauben Alter Level 50 Wir haben Level 50 weggeschmissen Peace Dorten sind Level von uns Kurz mal ausmachen So Wow Gut Wo wir schon mal hier sind Können wir uns auch mal umschauen Ob das hier irgendwas Spannendes gibt So Was gibt's denn hier Leute Ich will jetzt auch weiß Gott hier nicht wieder lange rumbuddeln Oh Lol Diamant Lalalalalalalalalalalalalala Ein Diamant in der Lore, Alter Glück So Was gibt's hier noch? Hm Wenn wir wirklich mal neue Ressourcen brauchen Dann kommen wir zum späteren Zeitpunkt hier wieder rein Und dann Geht das hier aber los Ab die Luzi, Alter Dann wird hier richtig was abgebaut Hier liegt ja in jeder Ecke was So, die hatten wir gerade Machen wir die mal kaputt So Gibt's hier noch irgendwas? Lass ich mal auf die Minimap schauen Sehr viele Gänge Halt, stopp Komm schon Setz die Fackel Du bist mein Held Komm, gehen wir mal hier hoch Das sieht ja vielversprechend aus hier Ist das auch vielversprechend Oder ist das eher Für die Tonne? Pils Mitnehmen Gibt's hier nichts mehr Doch, eine Lore Da hinten Mal gucken Ja, Mann Melonkerne Zwei Diamanten Wega, lol Drei Diamanten Innerhalb von fünf Minuten Oder so Ey Lol, was hab ich jetzt gemacht? F8 Ja, F8 So Lol Nimm mal mit, ey Sparen wir uns ja Kosten an Lore Ich wette, ihr könnt gar nichts sehen Hier So Oh, da ist noch eine Lore Lol Verbrennung 1 Geil Wie geil ist das denn, Leute? Verbrennung 1 Lol Ich glaub, unser Tod hatte irgendwo doch was Gutes Sonst wären wir hier nicht hingegangen Na, okay, eigentlich ja schon Weil wir den Enderman da töten wollten, aber Naja Hätten wir den Enderman Sagen wir's mal so Hätten wir den Enderman da nicht gesehen Wären wir hier auch jetzt nicht hingegangen Also hatte das doch irgendwo was Gutes Gehen wir mal hier runter Kohle Bauen wir mal kurz ab Füllt sich unser Level auf Kohle ist wirklich mit die beste Art, um sein Level aufzubessern Kohle gibt einem wirklich sehr viel Level Also Experian Points Schaut mal auf unser Level, wie schnell sich das jetzt hochpumpt Das ist relativ gut Wenn wir nachher Also wenn ihr euch mal vorstellt Wir haben nachher eine Diamantspitzhacke Und Das geht richtig schnell Dann werden wir auch richtig schnell gelevelt So Das haben wir Die hatten wir schon Ja, kaputt machen So, was haben wir noch? Nichts mehr Wo müssen wir zurück? Längsraum Erstmal hoch Da steht Gar nichts Das sieht nur so aus wie eine Lure Haben wir die schon gehabt? Nein, haben wir nicht Zwei Sattel Dann nehmen wir den Sattel doch mit Dort brauchen wir später Also packen wir das erstmal nicht weg Pilze Faden können weg So, jetzt können wir schon die Sattel nehmen Das Schwert Kürbiskerne können weg Davon haben wir genug Redstone können auch weg So, jetzt haben wir das Kohle nehmen wir auch mit Kisten Jetzt haben wir schon mal zwei Doppeltruhen Von gar nichts und gar nichts Leute, wir haben schon 20 Minuten um Da würde ich sagen Setzen wir hier erstmal einen Cut Und wir sehen uns direkt gleich wieder Bis dahin Ciao Leute